Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Manly an. Dieser hat über die Fordeeds geschrieben, welches sie mit 4,7 Sternen bewertet hat und wie ihre Meinung im Detail ausschaut erfährst du jetzt. Die Fordeeds Mobile Air Pro ist die Brücke zwischen Offline und Online Welt für Empfehlungsmarketing. Früher wurde in einem klassischen Gespräch mit Interessenten nach der Telefonnummer gefragt, was häufig den Interessenten abgeschreckt hat. Er möchte sich anonym informieren und nicht sofort in ein Verkaufsgespräch verwickelt werden. Daher haben schon häufig an diesem Punkt die Leute aufgegeben. Hier kommt die Fordeeds Mobile Air Pro zum Einsatz. Anstatt nach der Telefonnummer zu fragen, wird in die App einfach die E-Mail-Adresse des Gegenübers eingetragen. So wird er in die Datenbank aufgenommen und Teil der Kampagne. Fordeeds geht mittlerweile in die dritte Runde. Das dritte Update ist vor kurzem erschienen und hält noch eine Besonderheit bereit. Eine Anmeldung an den bekanntesten Shop für Affiliate Produkte, Digitor24. Beginnen wir der Reihe nach. In der kostenlosen Version kann man 50 Kontakte aufnehmen und in der kostenpflichtigen Version pro sind es bis zu 1000. Zum einen kann man die Kontakte manuell erfassen, mit Vor- und Nachnamen, Firma, Telefonnummer und E-Mail oder man scannt eine Visitenkarte. Hier kann man dann über die Smartphone Kamera die Visitenkarte ins Visier nehmen und die Daten werden automatisch erfasst. Vom Computer aus kann man eine Datei hochladen und davon werden die Daten neben Namen, E-Mail und so weiter auch von angegeben Skype, Adresse, Webseite und Co. übernommen. Diese Funktion befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Prelaunch-Phase. Wenn man sich nun eine Liste an Kontakten aufgebaut hat, kann man seine Kampagnen erstellen oder auch andersrum, wie man mag. Um eine Kampagne zu starten, geht man zunächst auf den Marktplatz. Zurzeit sind dort nur die bekanntesten Produkte aus dem Digitor24 vertreten, aber es werden noch weitere aufgenommen im Laufe der Zeit. Unter anderem findet man dort Webinares, Evergreen System, Future Sale, Clicktip und noch ein paar andere. Die nun genannten sind alle kostenlos freischaltbar. Beim Freischalten kann man nun seine eigene Landingpage verwenden, falls vorhanden. Ist aber nicht nötig. Oder man belässt die Einstellungen so, wie sie sind. Außerdem fügt man noch seine Digitor24 Ad hinzu. Das heißt, man muss auf jeden Fall auch einen Account dort haben, um profitieren zu können. Unter dem Reiter Kampagnen findet man nun all jene, die freigeschaltet wurden. Die Sensation ist, dass für all diese Digitor24 Produkte eine Landingpage erstellt wurde. Den Link dazu findet man direkt bei Kampagnen. Nun kann man per Maustick die Kampagne in den sozialen Medien, Facebook, Twitter, Sing und Google Plus teilen. Man kann die Kampagnen natürlich in gewisser Form personalisieren und anpassen. Einige Produkte haben sogar mehrere Landingpages zur Auswahl. Zu den aktiven Kampagnen sieht man immer, wie viele Leute die Landingpage besucht haben und wie viele neue Kontakte man gesammelt hat. In der Auswertung findet man eine detaillierte Aufschlüsselung der Aktivitäten und der gesammelten Leads. Netzwerke sind dazu da, um Informationen und Kampagnen über eine hierarchische Struktur zu verbreiten. Perfekt also für alle Networkmarketer, die sich vielleicht schon eine eigene Struktur aufgebaut haben oder die dabei sind. Für ein privates Netzwerk gibt es eine Netzwerkkennung, welche man braucht, um beitreten zu können. Sobald man angemeldet ist, ist man z.B. bei dem öffentlichen Netzwerk von Fordeats automatisch drin. Die Mediathek ist dafür da, um Daten hochzuladen, die man eventuell für die Kampagnen oder Landingpages braucht. Zurzeit gibt es eine kostenlose Variante, wo man eben 50 Kontakte erfassen kann. Ich weiß nicht, ob diese für immer bestehen bleibt oder ob nur eine Art Probeaktion ist, da Fordeats 3.0 noch sehr neu ist. Die Fordeats Pro-Version kostet regulär 25€ im Monat, 1000 Kontakte, Updates inklusive, importieren und exportieren von Kontakten möglich. Wenn man sich anmeldet für die kostenlose Version, bekommt man auf die Probe-Oriante einen Rabatt von 70%, so dass man bei 87€ für ein Jahr wäre. Ist gleich 7,25€ pro Monat. Ich habe einige Tage lang die kostenlose Version getestet, hauptsächlich über meine Computer. Da bin ich allerdings doch schneller als gedacht an das Limit gestoßen mit den 50 Kontakten. Da mir die App doch sehr gut gefiel und das Angebot stand mit 87€ pro Jahr, habe ich dies kurzerhand wahrgenommen. Fordeats Pro-Digitor24-Partner-Edition ist geeignet für Leute, die schon bereits Aktivprodukte aus dem Digitor24 bewerben oder aber auch für solche, die damit anfangen möchten. Für Letztere ist Fordeats der ideale Einstieg, denn die Kampagnen sind schnell freigeschaltet und personalisiert. Die Landingpages sind ansprechend, man kann E-Mails sammeln und man kassiert die Provisionen. Fordeats ist sehr durchschaubar, die Funktionen sind alle erklärt und einfach umzusetzen. Nach der Anmeldung gibt es auch eine Einführungsvideo, welches noch ausführlich die ersten Schritte erklärt und zeigt. Für Network-Marketer und vor allem für Affiliate-Marketer ist die Nutzung einer App wie Fordeats eine wahre Erleichterung. Gerade weil das Erfassen von Kontakten so einfach ist in der realen Welt. Wer also das Affiliate-Marketer seinen Raum ausweiten möchte und nicht nur im Internet nach neuen E-Mails auf die Jagd gehen möchte, der ist mit Fordeats perfekt ausgestattet, um dies auch auf den Straßen zu tun. Man muss ja nicht an den Türen klingen wie das Klischee eines Staubsauger-Vertreters, aber es gibt auch häufig genug Situationen, wo man natürlich ins Gespräch kommt und auf solche kann man es ankommen lassen. Darüber hinaus eignet sich Fordeats aber genauso auch für die Internetwelt, da das Teilen von Kompanien in wenigen Minuten erledigt ist. Wenn man sich erst einmal eine große Zahl an Forderungen in den sozialen Netzwerken aufgebaut hat, kann man so unendlich viele Menschen erreichen. Vor allem in der Kombination mit Facebook-Werbung. Solange es noch verfügbar ist, würde ich dazu raten, die kostenlose Version zu testen. So kann man herausfinden, ob die Fordeats Digitor 420-Partner-Edition etwas für eine ist oder nicht. Danach ist man auf jeden Fall um eine Erkenntnis reicher und vielleicht sogar noch um einige Provisionen. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall eine gelungene App. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemeinen. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de